meine damen und herren herzlich willkommen zu der heutigen csgo runde wollen wir uns was ist denn das für eine scheiss map ist das sau hässig ich habe auch ein ganz komisches komischen punkt hier die packt ja mal richtig rum die map ok wir gehen wieder raus los geht's für mich lädt es direkt was ist das für ein komisches geräusch ist jetzt ein joghurt hat er bis hinter der aufnahme ja und ich habe hunger ja dann blende ich ein bild ein und schreibe auf unser fett sag simon würde jetzt mal sagen ja kann gut sein was denn die scheiss botzmann kicken die sind gekriegt du dios das stammt das ist nicht mehr viel glück wirst du brauchen nun richtig dumm was ich gerade gemacht habe das ist klar das ist ja du nicht du du weißt dass wir uns morgen wieder in der schule sehen ich freue mich jetzt schon aufs rennen morgen ist ja freitag soll ich dich abholen nach dem sport ich kann doch nicht fahren ich glaube ich habe da was gehört ja ich auch ach das ist eine flash aber sowohl etwas lames habe ich jetzt nicht erwartet ja du mich auch ach weisst du was ich vergessen habe ich habe ja meine mauleinstellung verändert ich würde ja blenden das wäre zu langweilig ne blenden wir oh ich wurde gerade zurückgepackt legt nicht ne lieber nicht ich bin so schnell rotiert ich packe die ganze Zeit zurück wirst du mich verarschen ne alter legt das bei dir nicht ne ne naja Du bist jetzt schon richtig scheiße, ne? Was? Ja, du. Naaah. Wer nicht aufwärmt, ist tot. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up. Ach, ein Joghurt essen muss? Dann nein. Oh, ich freue mich jetzt schon aufs Schneiden vom Video. Ah, geht gerade so. Motivation ist noch nicht da. Ja. Du bist bei mir ein Skype-Profilat, denn ich habe keine Ahnung, wie ich dich unterstellen kann. Du bist ziemlich unfair. Halt auf. Ja, super, what the web. Leck mich, Mann. Ich habe what the web abgemeldet. Du bist jetzt riesig. Doch. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin aus dem Game geswitcht. Ups. Ich muss immer wieder meine Nase putzen. Es fällt letztens hin, wenn wir in der Aufnahme sind. Ja. Sie läuft da vorn. Lauf Schlampe. Lauf. Mein Freund. Wohin denn? Bis nach Hause. Hey, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Bist du überhaupt getroffen? Nein. Habe ich nicht. Nein. Ich muss zu mir laufen, ich Idiot! Hattest du einen ARK oder was? Hattest du? Ich hatte eine Tech-9 Oh, wie süß So, jetzt kommt die Mini-AWP, wenn ich sag's dir Was kommt? Die Mini-AWP Du bist so leise auf Skype-Mine-Fresse Du bist bei mir viel zu lautig Du steppst nicht Gut zu wissen Jetzt hab ich das Auto gestellt an meinem Boxen, ich hab ja meine Kopfhörer an den Boxen angeschlossen Wenn ich jetzt auf dem Boxenlauter stelle und wie ist der Zug, der verdammt laut? Ewiger Kreiselabwache Oh fuck Du hast den Safe-AWP, richtig? Nein, okay Und ich war geflasht noch ein bisschen Ich bin zu früh rausgelaufen Egal Fährst du, Fährst du, nein Naja, schon krass Aber wir haben ihm gesagt, dass wir heute ohne Hex spielen Ja, klar Gilt auch für dich Wo meinst du? Warum solltest du Hex haben? Nein Nein Stopp der Scheiße Nein Nein Oh meine Nase Wieder mal Heu gestupft anstatt Gas Ich entschuldige mich jetzt schon bei dir Aua Die scheiß Allergien Ich kann doch auch nichts dafür Ich kann doch auch nichts dafür Nein Weisst du es jetzt scheiße, wenn ich anstatt auf Aufnahme auf Streaming gekommen wäre Ach steht Ähm Noch mal nachschauen Nein, ist auf Aufnahme bei mir Also bei mir ist safe Bist du Hast du mich gesehen? Nein Nein Was soll wir bei A? Ja. Schau mal hinter dich. Ne, ne, damit trickst du mich nicht aus. Ne, ziehst du mich nicht? Ne. Alter, bist du bekifft? Ne, Alter, du. Hä? Oh. Ja, ich auch. Fuck. Fuck! Schnell AWP holen. Nein! What the fuck? Nein, jetzt hat er es überlebt. Was hast du die Nasen gemacht? Seine Tastatur ist verdammt laut, weisst du das? Meinst du nicht, dass ich das mit Absicht mache? Ja doch, du bist ein ... Klar warst du das. Oh. Nicht was. Ich sag das gleiche wieder wie im Stream, ne? Ne, ne, passt, passt, passt. Das schneidet er sowieso raus. Ja, okay. Erse fliegt. Ja, ich sag das gleiche. Ich sag das nicht. Ich sag das nicht. Okay. Und da hast du einen ja nicht nur für das bisschen zu dumm aber das ist ein anderes Thema da reden wir nochmal drüber ja, kommen wir morgen in der Schule ach schon wieder Whatsapp-Bab, ich kann kotzen das habe ich mit Absicht geschlossen, genau deshalb so kurz vordergeschrieben sag mal, schreibst du jetzt beantwortet es hier während der Aufnahme ich schneide das sowieso raus, du Spock ja, aber ich nicht jetzt auf dem fauler Sack, logisch nein, das ist jetzt mit Absicht drin ja, kein Problem mir wurscht ah, da ist jetzt nur Super Drei klartung du wirst du wirst k ah ah k k k k k k Nein! Mit 7 HP! Du Opfer! Scheiße! Scheiße! Mit 7 HP, Alter! Das war knapp, nein? Das war verdammt knapp, Alter! So, wir schauen mal, ob das jetzt funktioniert ist. Aber du meinst schon, dass das eine One-Way-Smoke war? Ja, leider, aber die One-Way-Smoke war für dich. Ja, genau, das meine ich. So, ich komme mal nochmal an. Ja, ist gut. Warte. Warum habe ich jetzt gerade eine Granate gehört? Weil ich eine geworfen habe zu dir. Warum zum Teufel? Ähm, du weißt schon, was das Ziel hier von ist. Fuck! Ja, ja, das ist die Fake-Flash, nimmst du das? Was, Fake-Flash, Alter? Also, du hast weggeguckt, das war aber nur eine Koi. Nein, ich habe nicht weggeguckt. Siehst du, hast du weggeguckt, aber du hast es doch gesehen. Hä, was labbelst du, Alter? Und die Tz in der Aufnahme, Alter. Ich habe nicht weggeguckt. Ich wollte mich in Sicherheit bringen, damit ich mit der Granate nicht trifft. Das hat aber nicht mehr geklappt. So, ich gehe mal B. Aha. Ich gehe mal B. Aha. So, als kleine Vorwarnung. Weil du wirst das Erbärmlich verlieren. Aha. Wie wäre es, wenn du mal hinter dich guckst? Das finde ich ganz lustig, weißt du wieso? Weil ich mit dem Rücken so eine Wand stehe. Fuck. Wo bist du? Da habe ich mir jetzt gerade von dir auch gefragt. Wo bist du? Biss du? Was schreibt denn schon noch? Wenn ich heute, dann morgen. Hä, du bist ja gar nicht bei B. Fuck! Hä? Nein, du bist doch die Smoketur. Nein, nein, ich habe gar nicht in der Smoketur geplantet. Ach so, man kann auch hier vorne planen. Egal. Ja, du bist ein Genie. Komm, komm. Mach dir weg. Du bist ein Genie, Alter. Ja, man kommt schon gut. Egal, so. Noch 20 Grund, Alter. Go, go, go! So, locker. Ich beschleun dich mal kurz im Prozess, ne? Was willst du damit sagen? Was willst du damit sagen? Ach so, du willst damit sagen, dass du zu B gegangen bist. Genau. Fuck. Das war nicht geplant. So, wie ich jetzt gerade laufe. Das ist nicht mehr verlaufen, ne? Vergessenne Sch*****. Jetzt wird das Video so memehaft schneiden, Alter. Ich seh's schon vor mir. 6 Stunden Arbeit für eine Scheiss-Tisco-Runde. Dann kannst du den Manns gleich auch noch schneiden. Nein. Ganz sicher nicht. Oder du bezahlst mich, dann mach ich's. Ich glaube ja, das läuft so. Wenn du's machst, kriegst du keinen Schlag in die Fresse, du Arschloch! So, dass du immer genau da hingehst, wo ich hingehe. Du hackst doch schon wieder. Wie soll ich so gut hacken können? Alter, ich hab keine Hacks auf dem PC. 100%ig nicht. Ja. Das hast du aber vor ein paar Tagen noch anders geklungen. Ich hab gesagt, ich hatte mal Hacks auf dem PC. Für den alten Account. Wo ich auch gerecht gebannt wurde. Ja, ja. Ich hack nicht mehr, wirklich nicht. Ja, genau. Uh, ja klar. Fuck, ich konnte ja gar nicht aufnehmen. Aber dann muss ich mir mal eins erklären. Warum bist du bei 1 vs 1 gut? Und in den richtigen Runden so richtig scheisse. Die Teammates. Ja, genau, Alter. Alter, du denkst wirklich auf den 1 gegen 1 Runden ist kein weg Antisystem drauf. Anti-Hack-System drauf. Ja, sicher schon. Aber es ist nicht so wichtig wie auf dem Dings. Das ist genau wie beim Matchmaking. Einfach kommst du nicht in Overwatch rein. Oh, fuck. Schon mal im Voraus. Danke. Man, so ne Scheiße. Ich glaube, die Waffe, die du hattest, war besser. Ja. Ich habe natürlich einen Kitz, bin schon lange nicht mehr gestorben, lustigerweise. Und weisst du, was ich auch richtig kassi finde? Bist du scheiße bist wahrscheinlich. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Oh, fuck. Dass du wieder die Map auswählen konntest. Du hast von Anfang an gesagt, Overwatch. 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 Äh. Over-Dings da. Weisst du, das ist mein. Overpass. Ich bin nicht dumm. Doch. Ich bin nur differenziert. In meiner Denkensweise. So. Ab jetzt, äh, spiele ich nur noch Runden, wenn ich, äh, Dings bin. Der Map blie da. Okay. So, Leute. Das war's denn von dieser Folge. Jetzt schon? Nein. Noch ein zweiter Junge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst die positive Waffen da. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nee. Sorry. So lange kann ich nicht. Nee? Okay. Dann tschüss.